Bevor Katipa das Tor öffnete, drehte er sich noch einmal um. Wir gehen rein, nehmen mit, was wir tragen können, und verschwinden. Rakrekta verschränkte die Arme. Ich gehe nicht ohne Pakta und seine Leute, deswegen sind wir doch hier. Urkanor hat ihr befohlen, sie zurückzubringen, oder nichts? Und willst du dich gegen das Wort eines Stammesgottes stellen? Das wollte sich Katipa nicht gefallen lassen. Er packte Rakrekta am Kragen. Unterstelle mir nicht, ich wäre Urkanor nicht treu ergeben. Er wird uns dankbar für diese Information sein. Sie ist ein Rakrekta, wir können ihnen jetzt nicht helfen. Noch nichts, aber bald. Dann wird es zu spät sein. Katipa ließ sich auf keine weitere Diskussion ein. Er öffnete das Tor. Er hat recht, Rakrekta. Toktan versuchte, ihn zu beruhigen. Wir wissen nichts über diesen Ort, geschweige denn, ob Pakta und die Jäger überhaupt hier sind. Urkanor wird wissen, was zu tun ist. Als würde Urkanor interessieren, wenn ein paar Jäger sterben. Rakrekta spuckte auf den Boden und ging in die Vorratskammer. Rakko und die anderen folgten ihm. Hoffentlich macht Rakrekta keinen Ärger, Karkrem kratzte sich im Kopf. Ich bin froh, wenn wir wieder in den Höhlen sind. Das Wichtigste ist, dass ich meinem Sohn etwas zu essen mitbringen kann. Rakko atmete einmal tief durch und trat in das Gebäude. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bekam er Gänsehaut. Im Schein unzähliger Fackeln stapelte sich alles Vorstellbare an Essen, soweit Rakko sehen konnte. Die Eindrücke überschlugen sich. Vom salzigen Geruch der getrockneten Schinken, welche von der Decke hingen, über aufeinander gestapelten Käse, bis zu ganzen Körben voller Obst, das Rakko teilweise noch nie gesehen hatte, schien es hier alles zu geben. Zetako ließ seinen Bogen fallen und stürzte sich auf die Obstkörbe. Er biss in einen Apfel, warf ihn wieder hinein und probierte eine orange Frucht. Rakko konnte ihn nur schwer zurückhalten. Wir bringen erst so viel wir tragen können weg von hier. Auch in Katipars Augen konnte Rakko das Verlangen sehen, endlich wieder vernünftiges Essen zu sich zu nehmen. Das ist ein Paradies hier! Zetako lachte und warf mit Essen um sich. Katipar strafte ihn mit einem ernsten Blick, woraufhin Zetako sofort verstummte, ein Korb packte und nach draußen brachte. Rakko schnitt mit seinem Speer eine der Schinkenkeulen von der Decke und warf sie sich an dem Seil über die Schulter. Als er das Lager verlassen wollte, zischte etwas um einen Finger breit an seinem Gesicht vorbei. Ein dumpfer Schlag. Rakko ließ den Schinken fallen und drehte sich um. Ein Pfeil steckte im Tor. Erst jetzt bemerkte er, wie Zetako vor ihm auf dem Boden lag. Drei Pfeile ragten aus seinem Körper und Blut sickerte aus den Wunden. Zetako bewegte sich nicht mehr, seine Augen starrten in den Himmel und der Schreck hatte sich in seinem Gesicht festgesetzt. Neben ihm lag der Obstkorb, die Früchte darum verteilt. Er war noch nicht einmal ein richtiger Mann gewesen. Rakko ließ sich fallen. In dem Moment schossen zwei weitere Pfeile über ihn hinweg und brotten sich ins Tor. Rückwärts und mit geschlossenen Augen kroch er zurück ins Vorratslager. Mit jedem weiteren Pfeil, der in das Holz schlug, zuckte er und dachte für einen Augenblick, es sei vorbei. Rakko versuchte sich auf seinen Sohn zu konzentrieren. Für ihn musste er mal leben bleiben. Es gab keine andere Wahl. Jemand packte ihn an den Schultern und riss ihn herum. Rakko, hinter das Tor! Er wurde gestoßen und als er es wagte, die Augen zu öffnen, lag er in der Ecke des Eingangs. Rakrekta und Katipa verriegelten das Tor. Neben ihm lagen zwei Krieger ihrer Truppe. Rakko konnte sich an ihren Namen nicht erinnern. Er hatte sie kaum kennengelernt. Dem einen ragte ein Pfeil aus dem Hals und Blut sickerte aus seinen Mund. Der andere hatte drei Geschosse im Bauchstecken und ein Stich im Bereich des Herzens. Bestimmt hatte ihm Katipa den Abschied erleichtert. Holt etwas, um das Tor zu verriegeln, brüllte Katipa durch den Raum. Steh auf, Rakko! Rakko versuchte sich zu sammeln, packte den Speer von einem der Toten und stemmte sich nach oben. Ein Regal. Er warf es um und schlug mit dem Speer darauf ein, bis sich einzelne Bretter lösten. Das haben wir jetzt davon, stammelte Kakrem, nahm Rakko ein Brett nach dem anderen ab und reichte es Katipa weiter, der sie zwischen die Riegel hievte. Zurück! Katipa packte seinen Speer mit beiden Händen und überließ das Tor seinem Schicksal. Stellt euch hinter mich! Burkhardt, Liprak und Vertek, spannt eure Bögen! Rakko reihte sich ein und klammerte sich an seinen Speer. Erst jetzt realisierte er langsam, was vor sich ging. Aus irgendeinem Grund mussten nicht nur die Wachen, sondern noch viel mehr Krieger dieser Stadt zurückgekommen sein. War es doch eine Falle gewesen? Das Tocken, das immer erklang, wenn ein Pfeil das Tor traf, verstummte. Nach einem kurzen Moment der Stille prasselten die Schläge unzähliger Waffen auf das Holz nieder und ein Gewirr aus Schreien ließ vermuten, was bald auf sie zukommen würde. Die ersten Axtblätter blitzten durch die Risse im Holz. Während Rakrekta konzentriert das Tor im Auge behielt und den Speer bereits über den Kopf erhoben hatte, zitterte Kakrem neben Rakko und stammelte irgendwelchen unverständlichen Floskeln vor sich hin. Rakko konzentrierte sich auf seinen Atem und hatte nur einen Gedanken im Kopf, lebendig zurück zu seinem Sohn zu kommen. Katipa lockerte seine Schultern. Egal was passiert, bleibt zusammen! Obwohl die Bretter für Rakko einen stabilen Eindruck gemacht hatten, zersplitterten sie in alle Einzelteile. Dazwischen sprangen ihnen Krieger mit Schreien auf den Lippen entgegen. Durch die Narben auf ihrer Haut wirkten sie wie wilde Tiere, zudem fuchtelten sie scheinbar völlig unkontrolliert mit ihren Dolchen herum. Schießt! Katipa stieß mit dem Speer in Richtung der Angreifer. Die ersten drei Krieger wurden durch die Wucht der Pfeile nach hinten gerissen und die hinteren stolperten über sie. Jetzt! brüllte Katipa und stürmte nach vorne. Rakko fing mit der Speerspitze in der Luft einen Krieger ab, der auf Toktan zugesprungen war. Der alte Mann konnte sich mit dem Speer in der Hand kaum auf den Beinen halten. Bleib hinter mir, Toktan! Zwei weitere Soldaten rannten auf Rakko zu. Einer von ihnen hatte länglichen Narben über das ganze Gesicht verteilt, die aus allen Richtungen zu Mund und Nase liefen. Als er die Zähne fletschte, wirkte er wie ein wilder Tiger. Rakko versuchte beide auf Abstand zu halten, doch sie tänzelten um seinen Speer herum. Da Rakko seinen Arm etwas zu spät drehte, striff der Dolch des Tigers ihn an seiner ungeschützten Stelle und hinterließ einen Schnitt, der sogleich zu bluten begann. Kurz schrie Rakko auf, dann trat er dem Tiger, der deutlich kleiner war als er selbst, mit voller Wucht ins Gesicht. Es knackte und Blut strömte aus seinen Nasenlöchern. Das gab Rakko gerade genug Zeit, um sich um den anderen Angreifer zu kümmern. Zu seinem Erschrecken schleuderte dieser gerade seinen Dolch auf Rakko. Er würde es nicht mehr schaffen, darunter wegzutauchen. Als Rakko das realisierte, kam ihm der Moment wie eine ganze Stunde vor. All seine Muskeln entspannten sich, sogar das Stechen seiner Fleischwunder am Arm verschwand. Er schloss die Augen und wollte sich schon auf die Knie fallen lassen, als es klirrte, der erwartete Schmerz ausblieb. Ein Schock fuhr durch seinen Körper und die Kraft kehrte in ihn zurück. Rakrekta war vor ihn gesprungen. In der mit Eisenschuppen besetzten Schiene seines linken Armes erkannte Rakko eine tiefe Kerbe. Damit musste Rakrekta ihn vor dem sicheren Tod bewahrt haben. »Bleib dicht hinter mir! Wir sind gleich durchgebrochen!« Katipar und die anderen hatten sich einen Weg durch das Tor gebahnt. Mit einer Hand packte Rakuk Toktan und zerrte ihn hinter sich her. Schon nach kurzer Zeit verkrampfte der Unterarm seine andere Hand, da er den drei Meter langen Sternensperr nur noch damit führte. Eine der vernarbten Gestalten wollte sich auf ihn werfen. Doch mit letzter Anstrengung gelang es Rakko, den Speer in die Höhe zu hieven. Der Angreifer stürzte in die Stachel, die seitlich am Schaft der Waffe angebracht waren. Sein Bauch wurde aufgerissen und Rakko flogen die Gedärme entgegen. Übelkeit stieg in ihm auf, doch er konzentrierte sich auf sein Ziel, das Tor, der Weg in die Freiheit. Als der Regen wieder auf seine Mantel prasselte, schnappte Rakko nach Luft. Nur ein paar Meter weiter erkannte er Katipar und den Rest der Truppe, dazwischen Dutzende der kleinen Krieger. Katipar erkannte Rakko. »Kakrem, Rakrekta, hol sie zu uns!« Die beiden nickten und schlugen sich bis zu Rakko durch. Kakrem nahm Rakko seine Waffe ab, sodass er Toctan stützen konnte. Auf beiden Seiten versuchten Rakrekta und Kakrem, die Angreifer aufzuhalten. So erreichten sie Katipar, der in den angrenzenden Wald deutete. »Lauft!« »Ich werde Pakta nicht seinem Schicksal überlassen!« Mit entschlossenem Blick wandte sich Rakrekta in die entgegengesetzte Richtung, schlug einem der Angreifer den Schaft des Speeres gegen den Kopf und spießte gleichzeitig einen weiteren auf. »Wir können es schaffen!« »Das ist Wahnsinn, Rakrekta!« Katipar schüttelte nur noch den Kopf und wandte sich dann an Rakko. »Verschwindet!« »In den Wäldern könnt ihr sie vielleicht abhängen!« »Berichtet Urkanor, was hier geschehen ist!« Rakko hatte verstanden und ließ sich das nicht zweimal sagen. »Helft mir mit Toctan!« Kakrem packte den Alten an den Beinen und Rakko an den Schultern. Dann rannten sie mit den anderen in Richtung Wald. Als sie die schützenden Bäume erreichten, musste Rakko zurückblicken. Katipar und Rakrekta kämpften Rücken an Rücken, doch beide bluteten schon aus unzähligen Wunden und die Feinde waren immer noch in vielfache Überzahl. »Wir müssen weiter!« Kakrem legte Rakko die Hand auf die Schulter. Eine Träne rann seine Wange hinab. »Wir hätten dort nie hineingehen dürfen!« Rakko wusste, dass er recht hatte. Dann wandte er sich an das Dutzend, das von ihnen noch geblieben war. »Stellt euch auf einen anstrengenden Tag ein. Wir müssen die Höhlen vor Sonnenuntergang erreichen.« »Jeder Schraub« Was sind die Höhlen vor Sonnenuntergang Pisatinoch. »Sie ist die Höhlen vor Sonnenuntergang. Alle Höhlen vor Lonnie in Rücken, w진chen Sie sich an das Dutzend, das von ihnen noch nicht zu tun. Was sind die Höhlen vor Sonnenuntergang, oder ein thể Figur geboten vor Sonnenuntergang, oder ein Anmarsch dem Tier. »Wir müssen wir ab und haben? »Sie ist die Höhlen vor Sonnenuntergang.